Musik So siehst du, und jetzt kommen die fein geschnittenen Champignons in die Butter. Also du musst mir aber sagen, wie das alles angefangen hat. Wir sind ja schon hier ein kleines Stückchen weiter, sonst würden wir es nicht schaffen. Also ich habe angefangen, pass auf, ich habe angefangen mit diesem herrlichen Reis, der nun fast der Vollendung entgegen geht, habe angefangen den Reis in Öl anzurösten, fast wie ein Risotto, mit einer Zwiebel, die mit Nelken gespickt ist, wie du hier siehst, schau mal. Oh, das ist ja die hohe Kunst. Eine Zwiebel mit Nelken gespickt, dann habe ich ihn aufgegossen, also man nimmt ja immer eine Tasse Reis, zweieinhalb Tassen Flüssigkeit, ich habe aber eine Tasse Wein genommen und anderthalb Tassen Wasser und habe es jetzt 20 Minuten, der quillt gerade. Wunderbar. Und dann für, also was gibt es übrigens, wenn das fertig ist alles? Das gibt einen Reis, das gibt eine Geflügelleber in Champignons, hier sind schon die Zwiebeln drauf. Geflügelleber? Was nimmst du für eine Leber? Putenleber natürlich, ja. Man kann auch andere Leber nehmen, aber die ist zu klein. Die Putenleber hat so wunderschöne Stücke. Und es ist ja etwas, was herrlich ist. Das ist ein Gericht, was sich jeder Junggeselle schnell machen kann. Das ist die Schnelle. Und auch, wenn er es am Sonntag macht, für seine Freundin imponieren kann, denn es geht schnell und es ist nicht so schwierig. Und es schmeckt wie Otcusin, also sehr raffiniert, eigentlich sehr raffiniert. Also, jetzt hast du vorher Zwiebel geschnitten, erst mal vorweg und hast die in der Butter ein bisschen glasig geschnitten. Ja, genau. Fertig, angedürzt. Hier hast du auch Zwiebel? Habe ich, nein, überhaupt keine Zwiebel, sondern nur Butter und die wunderbar geschnittenen Champignons, seitdem sie gewaschen sind. Ja, gut. Ich putze sie nur. Ich habe so eine Bürste, weil ich immer das Gefühl habe, durch das Waschen geht viel Gespack verloren. Das ist ja eine gute Idee. Könnte ich meine Putze mal beauftragen, dass sie das machen. Kochst du eigentlich allein oder mit deiner Frau zusammen? Nein, ich koche mit meiner Frau zusammen, aber sie darf nur die niederen Arbeiten machen. Das ist aber ganz schöne Macho-Haltung hier. Also das, was du heute eventuell machen musst. Ja, also nicht nur Damen müssen das machen, auch Herren. Es kommt darauf an, wer ist der Beikoch. Nein, du wirst furchtbar nachdenken. Ich koche zu Hause so viel, ich habe ja mal Bäcker gelernt, das weißt du. Ich koche zu Hause sogar so viel, dass ich, wenn ich wegfahre zum Drehen, vorkochen muss und sie frieren sich's ein. Nein. Und für wen, für wen? Für Rebecca, meine Tochter, für Benjamin, meinen Sohn und für Daniel, meinen Enkel. Für die koche ich vor und die fressen es dann immer. Die ganze Familie, du bist ja eine Art Sippenkoch. Nein, wir wohnen in einem Haus, weißt du. Die ganze Familie. Die ganze Familie und wir essen auf jeden Fall jeden Sonntag zusammen, aber wir essen auch manchmal noch unter Woche zusammen. Toll. Jetzt, jetzt, jetzt hast du das also mit ein bisschen Butter. Ja. Meinst du, das reicht, die Butter? Nein, ich glaube, sie reicht nicht. Könntest du mal an den Kühlschrank gehen? Mal gucken, ob ich welche im Eisschrank habe. Wenn ich die da keine habe, dann habe ich welche im... Wenn du an den Kühlschrank gehst und mir noch ein Lipselchen Butter gibst, das wäre schön. Ich denke, das wäre nicht schlecht. Oh, herrlich. Das wäre nicht schlecht. Hopp. Hopp, das reicht. Ich lasse es auf jeden Fall hier stehen. Gut. Gut. So, also, jetzt weiter. Was passiert jetzt? Das dünstet also jetzt so ein bisschen vor sich hin. Ja, jetzt mache ich das etwas größer. Ja. So, warte mal. Also, es ist ja schon an, bis es nur größer war. Ja, ja. So ist es größer. Es ist immer schwierig, in fremden Küchen zu kochen. Ja. Sag mal, kochst du immer in diesem Outfit zu Hause? Nein. Das ist ein Outfit, was ich habe, wenn ich tingeln gehe oder mucken habe, wie wir als Schauspieler sagen. Ja, das heißt, manchmal gehe ich, oh, vorsichtig. Klein, ich muss einfach so ein bisschen. Manchmal gehe ich, ja, das ist so schwer, das klein zu kriegen. Ja, das ist, wie gesagt, ne? Man kann es aber auch ein bisschen daneben stellen. Ja. Obwohl, ich glaube, na ja. Willst du es vielleicht auf den kleinen, auf das kleine, äh, ich mache das aus hier, ich mache das. Und machst du das aus? Pass auf, das kannst du ja da rüber stellen und ich mache dir dieses an und das machen wir klein. So. Ganz klein. So, ganz klein. Ganz klein. Kleiner gibt es mir. Dankeschön. So, jetzt will ich dir erzählen. Also diese Kochjacke habe ich, wenn ich manchmal Mucken oder Tingeleien habe, in denen ich mit einem Koch zusammen für gewisse Firmen, die das kaufen, Gerichte koche. Ach. Und das macht sehr viel Spaß. Schaukochen. Schaukochen. Ah. Denn es gibt ja so viele Geschichten für die Gerichte. Die man dazu erzählt. Die man dazu erzählt. Es geht natürlich bei dir nicht in erster Linie ums Kochen, das macht, aber obwohl auch. Nein, ich helfe mit. Ich helfe dem Koch. Du bist, du sagst, du bist gelernter Bäcker. Ich bin gelernter Bäcker. Wolltest du auch jemals Profi Koch werden? Nein, das wollte ich noch, aber dann habe ich schon gefilmt. Also du brauchst doch, wenn du Bäcker bist, brauchst du doch nur zwei Jahre lernen um einen anderen Beruf. Also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Bäcker, der ich ja damals in Polen und Russland gewesen bin, wo man nicht so irrsinnig großartig gekocht hat. Aber als ich dann in Hameln kam und wo wir auch für die Engländer gebacken haben, da habe ich gesagt, jetzt könnte ich doch eventuell noch Koch lernen und dann auch noch Konditor lernen und dann auf Schiff gehen. Das hatte ich mir vorgenommen. Aber dann habe ich gleich angefangen zu filmen. Das war schöner und lukrativer. Weiß Gott, ja. So, also die sortieren, wie man so schön auf Französisch sagt. Guck mal, jetzt ist das da. Jetzt nehme ich meine Geflügelleber. Die hast du vorher ein bisschen geschnitten. Die habe ich vorher zugeschnitten. Jetzt sind uns jetzt klar, dies ist einfach eine Zwiebel, die in Butter, mit ein bisschen Öl wahrscheinlich. Nein, mit Butter. Nur Butter. Ist die also ein bisschen glasig, nicht gebräunt, sondern glasig. Und da kommt jetzt die Putenleber rein. Die ist ja, ist die teuer eigentlich, die Putenleber? Ich weiß es nicht, kauft immer meine Frau. Die kriegt ein kleines Haushaltsgeld und davon muss sie viel Putenleber kaufen. Und du? Nein, und diese Kochjacke ist natürlich, diese Kochveranstaltungen machen natürlich einen Spaß, weil man glaubt ja gar nicht, wie viele Leute gerne kochen. Ich weiß, ich weiß. Deswegen mache ich das ja hier. Meine Freunde tun das alle. Weißt du überhaupt, ich meine, wir wollen jetzt nicht, dass die Frau Schwarzer mit uns böse ist, aber die guten Kochs waren immer Männer. Ja, das hat aber damit zu tun, hat mir Alice Schwarzer gesagt, dass die gut bezahlten Jobs nur Männer gekriegt haben. Ach Quatsch, die hat auf alles eine Ausrede. Also kreativ brauchen können Frauen auch. Ja, aber Männer schmecken sehr gut. Na, aber inzwischen gibt es ja einige Starköchinnen. Ich bin befreundet mit einer in Luxemburg, Lea Linzer, der hat einen Stern. Der hat den Bocque d'Or sogar gewonnen. Also das ist ein bisschen, ich glaube, das hat etwas zu tun mit der, ja, das darf ich. Um Gottes Willen weißt du nicht salzen. Immer erst, wenn es fertig ist. Immer erst, wenn es fertig ist. Egal, welches Rezept. Um Gottes Willen nicht salzen. Das weiß ich. Ich mache auch Kalbsleber manchmal. Ich will dir das nur so ein bisschen rühren hier. Das ist seltsam mit den Herden. Jetzt muss man es ein ganz klein wenig. Jetzt muss man wieder kleiner machen. Kleiner stellen. Ja, ja, ja. So, wie lange braucht die? Ein paar Minuten. Leber geht ja unheimlich schnell. Ja, ich nehme sie vorher raus. Ich lasse sie nicht ganz, ganz durch werden, weil ich nehme sie vorher raus und schneide sie nachher in Scheiben in die Soße. Weil ich mache ja noch eine Soße dazu. Du sagst, so viele Leute kochen gerne. Hast du eigentlich das Gefühl, dass diese Leidenschaft zum Kochen etwas Kreatives ist und auch etwas mit dem Charakter zu tun hat? Es ist sinnlich. Es ist absolut sinnlich. Du wirst keinen Menschen finden, der gerne kocht und gerne isst, der keinen Charme hat zum Beispiel. Der nicht eloquent ist, der nicht halbwegs intelligent ist. Meine Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber es gehört dazu natürlich eine große Sinnlichkeit. Heißt das auch, dass das eigentlich eher gute Menschen sind? Würdest du sagen, dass böse Menschen nicht kochen? Das will ich nicht sagen. Wenn du dir überlegst, dass fast kein böser Mensch auf der Welt, ich meine Stalin hat gefüllt, er war kein Gourmet, sondern ein Gourmand. Aber Hitler zum Beispiel hat scheußlich gegessen. Und sich er nicht gekocht. Scheußlich, nein, weiß Gott nicht. Und wenn er gekocht hätte, hätte er furchtbar gekocht. Wenn der Sahne benutzt hätte, hätte er nur angeguckt, dann wäre die gerungen. Das ist ein Gras. Vor lauter Burschein. Wollen wir einen Wein trinken? Ja. Magst du einen Stück? Ja, wo bist du hier? Wohlsein aufs Kochen. Was trinken wir? Du hast es ausgesucht. Wir trinken einen wunderbaren Riesling. Ich weiß nicht, ob man es sagen kann, er ist hervorragend. Ich meine, die Firma sagen. Ja, was heißt Firma? Das sind ja Güter. Und ein Gut oder ein Chateau gehört ja zur Qualität. Und der ist vom Rheingau. Ja. Riesling vom Rheingau. Sehr gut. Wunderbar. Schön. Übrigens, trinken gehört dazu. Zum Kochen? Ich könnte nicht kochen, ohne zu trinken. Nein. Ich trinke viel Wasser. Na, das ist ja furchtbar. Aber ich werde durstig beim Kochen und wenn ich Wein gegen Durst trinke, das ist sehr gefährlich. Na, ehrlich? Nein, das ist doch so furchtbar. Du trinkst den Wein auch gegen den Durst. Ja. Pass auf, ich erzähle dir jetzt doch Folgendes, was mich zum Kochen gebracht hat. Ja. Meine Mutter hat in der feinen Küche in Danzig gelernt. Das war eine Stadtküche und ein Spezialitätenrestaurant. Ja. Dort hat sie gelernt. Dann hat sie später einen Milcheier-Butter-Käseladen aufgemacht. Ah. Und den hat sie nach Zobot von Danzig verlegt. Ja. Und hat in der Waldoper, das war ein Richard-Wagner-Festspiel, was es damals gab, in der Freistaatzeit von Danzig, da hat sie einen Stand unterhalten mit belegten Brötchen. Ne. Und du hast die Brote geschmiert? Die habe ich mitgemacht, bevor sie abends dort hingeht. Aber die herrlichste Geschichte daran, die ist, ich habe also immer alle Wagner-Opern, weil ich dabei war, nur bis zur Pause erlebt. Dann habt ihr eingepackt und dann weggegangen. Ich habe als erwachsener Mensch erst erlebt, wie Götter, der im Anglone, Griehen und Wallküre ausgeht. Ich habe es nie gewusst. Die letzten acht, erst später. Also du bist ein belegte Brote-Geschädigter, Operngeschädigter. Und hast du mitgemacht? Ich habe mitgeholfen und vor allen Dingen, es wurde ja natürlich, wenn das Geschäft nicht so gut ging, musste man das ja übers Wochenende dann vertilgen. Ja, und? Da war, da war, muss ich ganz ehrlich sagen, der Grundstein zum Fresser schon gelegt. Aber du bist, oh, mein ist fertig, jawohl. Ich habe Zeit hier. Ja, ja, ja. Ich zeige dir gleich, sobald du eine kleine Pause hast, zeige ich dir, was ich gemacht habe. Stellst du mir hier hin, wenn du willst, dann zeigst du mir. Weil ich habe, ich brate nur und habe furchtbar viel freie Zeit. Das ist ein, etwas ganz, ganz, ganz Einfaches, eigentlich fast gegen meine Kochphilosophie. Das ist ein Zwiebelschnitzel, das ich mit fertiger Zwiebelsuppe gemacht habe. Das ist aber ganz fix gegangen. Nun sind wir heute auch bei den fixen Gerüten. Du machst ja auch was sehr fixes. Natürlich. Ich zeige dir gleich, wie ich es gemacht habe. Ich habe es nur vorher schon ins Rohr getan, weil das 25 Minuten braucht. Wir probieren es auch gleich. Aber ich zeige dir, wie ich es gemacht habe. Aber es ist wirklich idioteneinfach. Aber das Ergebnis ist erstaunlich gut. Soll ich es ausmachen? Aus, bitte. Danke. Und es ist eigentlich, hat eine, die Mutter eines Freundes von mir, die hat bei uns gewohnt und hat das gekocht. Und ich muss sagen, ich wusste nicht, wie sie es gekocht hat und ich fand es ganz wunderbar. Ist das was aus deiner böhmischen Heimat? Nein, gar nichts. Überhaupt nicht. Sie ist Amerikanerin und hat es aus einem Buch, das heißt The I Hate to Cook Buch. Das ich hasse zu kochen. Das ist für Hausfrauen, die nicht gerne kochen und schnell was machen wollen. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist erstaunlich. Allerdings ist es für mich sehr unsinnlich. Ich mag ja gerne die Soße und Machen und so. Nein, weil du gar nicht zubereitest. Ich mag ja auch was. Wir haben ja vorhin gar nicht gesehen, wie ich Schwiebel geschnitten habe. Ja, das gehört alles. Ich sah aus wie auf einer Beerdigung, so habe ich geheult. Ja. Ja, aber irgendwo gehören diese Dinge ja dazu. Natürlich. Dauert das noch ein bisschen deine... Es dauert noch ein bisschen. Dann zeige ich dir, wie ich das gemacht habe. Zeig es mir. Das ist eigentlich nämlich wirklich so unglaublich schnell und so einfach. Es ist fast peinlich. Das Ergebnis ist gut, aber der Weg ist ein bisschen, ja, ich sagte es schon, unsinnlich. Du hast ja gesagt, Kochen ist etwas Sinnliches. Ja. Guck mal, ich habe Kalbschnitzel... Guck dir den herrlichen Rossini an. Ja. Dreimal in seinem Leben hat er geweint. Tornado Rossini. Einmal als die Mutter gestorben ist, einmal als er die Neunte von Beethoven gehört hat und einmal als auf dem Koma See bei einem Essen ein Kellner ausrutschte und zwei Kapaunen ins Wasser fielen. Hat er selber gesagt. Wirklich? Ja. Was immer für Geschichten... Ist das nicht herrlich? Das sind so köstliche Geschichten. Jetzt schneidest du nur das Fett ab? Ja, ich mag das nicht. Und ich kaufe die beim Bio-Metzger, der weiß von welchem... Bei deinem Vater? Nein. Ein Bio-Metzger, der hat nichts mit Bio von mir zu tun, sondern... Also da kriegst du auf jeden Fall noch vernünftiges Rindfleisch, was ja für uns jetzt so... Kalb, das ist Kalbfleisch. Ich habe ja... Nein, ich meine bei Rind. Rind kaufe ich im Augenblick gar nicht, aber das kann sich wieder ändern. Aber Kalb ist auch problematisch. Die meisten sind ja mit diesen Hormonen... Ja, behandelt. Das ist furchtbar. Und da musst du wissen... Und woher weiß er, dass er das... Er kauft das von Landwirten und lässt es schlachten. Ja, ja, ja. Also er ist mit den Landwirten sehr gut. Ja, er weiß genau, welche Landwirte das so füttern, dass sie eben keine solchen Sachen reintun. Guck mal. Jetzt kommt da schnöderweise, ganz simpel, nichts anderes als... Instant ran. Eine Zwiebelsuppe. Instant. Instant Zwiebelsuppe. Das mache ich nachher komischerweise mit meiner auch. Und zwar ist das bei acht Schnitzeln ein ganzes Paket. Bei vier Schnitzeln ist es ein halbes. Und dann kommt Sahne gemischt mit Schmand. Halbe, halbe. Gehst du wieder an deinen Kühlschrank? Da habe ich alles im Kühlschrank. Ganz simpel. Also ich muss sagen, ich geniere mich fast, das zu machen. Überhaupt nicht. Das geht schnell. Und wir wollten noch heute Sachen machen für Leute, die schnell etwas zaubern wollen. Und vor allem, dass das Ungeheuerliche dran ist, es schmeckt gut. Das will ich erst mal kosten nachher. Das wirst du mal gleich probieren. Wichtig ist kein Salz, weil diese Fertigsuppen schon gesalzen sind. Ah ja. Ja, wenn man jetzt noch salzen würde... Das wäre doppelt gemoppelt. Das wäre zu viel. Ich mache das mal mit einer Gabel. Ich nehme zum Beispiel jetzt die Geflügeleber raus. Ja. Sie ist noch nicht ganz durch, aber da kann ich jetzt gleich die Zwiebeln ablöschen. Weil sie ja nachher in der Soße wahrscheinlich noch ein bisschen zieht. Die Soße muss ja 10 Minuten noch ziehen. So, guck mal. Ja. Nichts einfach... Machst du einfach so drüber. Ja. Da sind ja Zwiebeln schon drin, ja. Ja, ist alles fertig. Fabelhaft. So, und das tue ich jetzt hier rein. Bei 180 Grad. Genau wie lange? 25 Minuten. Ich habe irgendwo eine Ruhe hier. Hier ist ein Kleiner. Ja. 25 Minuten. Und vor der Sendung hatte ich eben dies schon reingetan. Und das können wir gleich probieren. Aber du machst jetzt erst mal deine Soße. Und während dann... Ich lösche jetzt erst einmal mit Wein, aber nicht ohne vorher noch einen richtigen Schluck zu nehmen. Entschuldige. lösche ich mit ein bisschen Wein meine Soße ab und nehme auf den... Nehme einen Soßentopf zur Hand. Ja. Hopp, da ist er schon. Ah, da ist der Haken gleich mit dran. Ja. Nehme einen Soßentopf zur Hand, lass das jetzt aufkochen und tu das in den Soßentopf. Ah ja. Soll ich den anmachen? Ne, der kommt wahrscheinlich gleich dahin. Das kommt da hinten rauf. Ich will es nur einmal kurz aufkochen lassen. Sehst du? Soll ich es dir ein bisschen größer machen? Nein, Gott behüte. Nein, Gott behüte. Dann sagen die Leute nachher, wir schwänzen einen anderen Beruf als Köche. Ja. Das dürfen wir uns nicht leisten. Wir wollen das ja richtig gut machen. So, das ist fertig. Falls es jemand nachmachen will, damit er weiß... Das hauen wir drauf. Ja, so. Jetzt... Jetzt ist ja das Geheimnis die Soße. Nehmen wir die Soße. Das ist genau wie bei deiner Soße eine Instanzsoße. Auch eine fertige... Auch eine fertige. Aber keine Triebesuppe. Wir wollen den Namen nicht nennen. Nein. Das ist eine schweizer Firma, die man in Deutschland anders ausspricht als in der Schweiz. Aha. Und... Rätsel über Rätsel. Ja, da kann man sagen, bitte schreiben Sie an uns. Und das... Wie heißt die Soße? Die Soße heißt Jägersoße. Die gibt es übrigens nicht nur von der Firma, sondern von vielen Firmen auch. Ja, ja, klar. Du hast die... Mit Pilzen und so. Ja, die Pilze. Angenehm. Ja, du sagst wahrscheinlich deinen Gästen, wie kompliziert es war, diese Soße zu komponieren. Nein, überhaupt nicht. Du gibst zu, dass du sie fertig bist? Sollte... Ich gebe zu, dass ich sie fertig habe. Warum? Wenn ich jetzt die Champignons noch dazu tue, dann habe ich natürlich mit den Zwiebeln und den Champignons... Wenn mir die Einbrenne, wie man so schön sagt, misslingt, kann ich nicht mit einem Quirl hingehen und das... Dann sind Klümpchen drin. Folglich ist es besser, man nimmt von Hause aus... Ja, aber vor allem du verfeinerst das ja. Und das ist ja eigentlich... Ich mache nachher noch ein bisschen Sahne ran. Na, überhaupt, du machst nicht einfach nur diese Soße und gibst sie so, wie sie ist, über was drüber, sondern durch die Zwiebeln, durch die Champignons und alles das machst du ja deine eigene... Ach so, du meinst, ich mache die Soße nicht, wie man sie von Hause aus macht. Und du kannst sie ja sonst einfach nur angießen, da machen und drüber gießen, das geht ja auch, aber das ist eben... Jetzt nehmen wir wieder dieses Ding und machen es etwas größer. Ja. Ah, so ist es. Du kannst ruhig weitermachen. Ja, ich bin im Augenblick... Jetzt tue ich die Champignons mit rein. Was hast du? Ja, die Champignons. Und während das nachher einköchelt... Brauchst du nicht noch ein bisschen mehr Flüssigkeit? Nö. Während das, ich glaube ich nicht. Während das nachher einköchelt, nehme ich, während das nachher einköchelt, Moment mal, schneide ich die Geflügelleber. Ah ja, und die kommt dann da rein? Die wird dann ganz zum Schluss, weil, weißt du, bei Geflügelleber ist es Pute oder Huhn oder Ente, ist etwas Furchtbares. Eine Sekunde zu früh ist hart. Zu hart. Also deswegen... Eine Sekunde zu früh ist genug. Zwei Sachen bei jeder Leber. Erstens, nie vorher salzen. Richtig. Nie, erst am Schluss oder durch die Soße. Und zweitens, kurz, 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 kurz. Auch ich mache zum Beispiel sehr schön Zwiebelringe, günstig, und dann einfach Kalbsleber rein und dann nur Creme Fraiche drauf. Kalbsleber aber hoffentlich von deinem. Du weißt, dass die Leber natürlich ein Cadmium-Depot ist. Ich weiß, das mache ich auch nicht oft. Wir haben ja nicht mehr das Futter, was wir früher für die Viecher hatten. Du machst sicher auch nicht jede Woche zweimal Leber. Nein Gott, behüte. Das wäre zu viel. In England kannst du das machen, weil die haben eine Leberpartei. Du bist ja wirklich... Was machst du jetzt? Erzählst mir, du bist ja viel interessanter als... Das heißt, weißt du was, vielleicht sollten wir dies... Sollen wir das mal probieren? Ja. Ich kann mich neben dich stellen, weil ich hier meine Geflügelleber schneide. Ich will probieren mal, wie das geworden ist. Mal gucken. Schneidest du mir ein Stück klein, weil ich hier gerade schmutzige, ja genau, nicht weil ich ein Gebiss habe, sondern weil du keine Hand frei hast. Richtig. Sie ist ein klein wenig frei. So. Jetzt gucken wir mal. Ich will mal. Ich will mal. Entschuldige. Ich habe Küchen zu. Nee, ich will mal nicht. Ja. Dann machen wir her. Mh. Gib mir bitte noch eins. Ja? Na bitte. Herrlich. Und auch das Fleisch ist durch? Du hast... Ja. Gut. Ich muss das auch probieren. Ist doch erstaunlich. Hervorragend. Nein. Man glaubt es nicht. So einfach gemacht. Also da kann jeder, da kann jeder auch nicht kochende Student seiner Tusnell da übers Wochenende ein Essen machen, dass der der Draht aus dem Hut fällt. Und du würdest sagen, wo hast du kochen gelassen? Ja. Dann sagt er bei Bioleck und Fölz. So. Ich mache jetzt einen Nachtisch für dich. Kirschwasser? Sind wir schon bei Kirschwasser? Mit Kirschwasser. Ja. Was macht deine Soße? Guck hier. Jetzt habe ich gerade die Geflügelleber reingetan. Wie lang darf die jetzt noch ziehen? Die darf... Die muss in der Soße... Ich muss hier übrigens meinen Timer haben. Ja. Muss in der Soße... Also eigentlich zehn Minuten. Etwas früher habe ich schon angefangen. Sagen wir mal sieben Minuten noch ziehen. Ja. Du musst aber den aufziehen. Sonst klingelt der nachher nicht. Ist ja wieder Merkineisen dran. Ja. Meinen drehst du nur um zu Hause und... Ja. Ich habe einen altmodischen. So. So. Jetzt... Das kann ruhen. Du kannst weitererzählen. Also pass auf. Interessierst du dich für meinen Nachtisch? Ich interessiere mich eigentlich nur für dich. Meine Gefühle immer kenne ich ja. Du sollst dich für meinen Nachtisch interessieren. Also. Schattenmorellen. Sauerkirschen aus dem Glas. Ja. Gieße ich hier so ab. Damit das nicht zu nass ist. Und ich habe folgendes. Kann ich das rüber nehmen? Ja. Tu das her. Ich habe hier eine Küchenmaschine. Ich habe folgendes gemacht. Du kennst doch Lebkuchen. Ja. Und wenn man den nach Weihnachten nicht allen gegessen hat... Wird er hart. Wird er hart. Das macht aber nichts. Ich habe jetzt welchen kalt. Wenn man den sehr kühn aufbewahrt... Obwohl natürlich Weihnachten vor der Tür steht und du könntest den natürlich schon aufbewahren wieder für Weihnachten. Du meinst vernächstes Jahr Weihnachten. Ja, 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 ja. Aber dann ist er sehr alt. Hör mal du mit Weihnachten vor der Tür. Nein. Ich nehme vor allem die nicht glasierten. Die anderen esse ich so. Sieht eigentlich aus wie Buletten. Ja. Die nicht glasierten nehme ich. Und da schneide ich diese... diese... Oplatte. Oplatte ab. Und das... Es gab einen ganzen Schlager davon. Oplatti, Oplatte, Oplatte... Na ja, gut. Ja, mal. Guck mal. Und das tue ich hier in so eine Küchenmaschine. Jetzt bröselst du die. Jetzt brösel ich die einfach. Da erwacht der Böhm in dir. Du weißt, dass die Böhm so wahnsinnig gerne alles raspeln. Ist das wahr? Ja. Das wusste ich gar nicht. In der Küche wird auch viel mit Semmelbrösel gekauft. Ja, das stimmt. Ich sage dir auch, wie ich auf dieses Gericht gekommen bin. Das Urgericht steht in dem Buch, es muss nicht immer Kaviar sein. Von Simmel. Von Simmel. Und das Urgericht heißt, man soll, ähm, wie heißt das schwarze Brot? Pumpernickel nehmen. Ja. Soll das klein machen. Und eine Lage in die Schüssel. Dann soll man die Kirschen drauf tun mit Kirschwasser und dann Sahne. Und ich hatte erstens keinen Pumpernickel im Haus und zweitens von meiner Mutter selbst gebackenen Lebkuchen, der schon ein bisschen alt und hart war. Und den habe ich zermatschgert. Mhm. Da hatte ich noch keine so tolle Maschine, war ich noch Student. Und jetzt bäckt leider meine Mutter keinen Lebkuchen mehr für mich, weil sie nicht mehr lebt. Ja. Jetzt kaufe ich welche. Aber es geht auch. Heißt ja auch Lebkuchen. Ja. Lebkuchen. Nuss. Kriegst gleich die gelbe Karte. So. Kannst du mir aus dem Kühlschrank die Schlagsahne holen? So. Also. Diese gemahlenen Lebkuchen. Und das ist natürlich viel besser als mit dem Pumpernickel. Nein, ich habe schon geschlagen. Ah, du hast schon geschlagen. Damit das schneller geht. So. Hier ist deine geschlagene Sahne. Danke. So. Jetzt die Kirschen, die Sauerkirschen. Und da tue ich immer noch so einen Löffel von dem Kirschensaft, damit es ein bisschen saftig wird. Und natürlich großzügig Kirschwasser. Zeig mal. Ein gutes. Ach puh, das war nicht so gedacht. Aber du wolltest testen, ob er ordentlich ist. So. Und dann die Sahne. Die ist schon leicht gesüßt. Im Grunde ist das... Oh! Ja, so eine Art Schwarzwälder Kirsch. So. So. Noch eine Schicht. Noch eine Schicht. Was macht dein... Nehme ich einen Augenblick vom Feuer. Ja. Ja. Also es ist seltsam mit diesen... Wir haben ja Gott sei Dank ein Gasherde. Ich hasse elektrische Herde. Ja, ja. Weil man nichts regulieren kann. Ganz genau. Und hoffentlich kommt uns jetzt die Elektroindustrie nicht hin. Och. Ich mache ja alles andere mit Elektrizität. Ja. Nur das Kochen. Das mache ich mit... Rasieren zum Beispiel. Zum Beispiel. Das könnte sich mit Gas nicht rasieren. Schwer, 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 schwer. So. Wir haben eine Wespe. Sieh dich vor. Oh. Wir werden sie Olga nennen. Und ich werde wetten, wen sie zuerst sticht. Wenn du so weiter blödelst, wird sie dich stechen. Weil sie einfach irgendwann... Zu viel hat von den Karlauereien. Ja. So. Wieder ein bisschen davon. Meinst du? Ja. Ja. Bist du sicher? Ja. Schuhe. Ja, du hast recht. Wieder ein bisschen davon. Wieder ein bisschen davon. Wieder ein bisschen davon. So. Das kann man jetzt ewig weitermachen. Ja. Ich höre jetzt dann auf. So. So. Ein bisschen schön. Vorsichtig. Kein Schüsselbandbruch. Nein. Und am Schluss noch mal zur Dekoration. Zimmer drauf? Nein. So ein bisschen. Man braucht kein Zimt und gar nichts, weil in dem Lebkuchen sind ja 182.000 Gewürze drin. Und die teilen sich diesem Tisch nachtisch mit. Das sieht aber schön. Das würde jetzt normalerweise noch mal weitermachen. Bis die Schlüssel... Turmbau zu Babel. Ich finde das also von der Seite auch sehr schön. Ja. Turmbau zu Babel. Guck mal, jetzt pass mal auf. Pass mal auf. Jetzt tue ich zum Beispiel zum Schluss noch meine Zwiebeln mit der Nelke noch in die Soße rein. Ja. Und ich bereite Teller vor, denn ich möchte jetzt probieren. Was meinst du? Warte einen Moment. Schaffen wir das? Ja, ich fange jetzt an zu würzen. Jetzt zeige ich dir. Ich nehme rein. Eine Prise Estragon. Ja. Darf ich rühren? Ja, du musst rühren. Du bist ja sowieso rührend von Haus aus. Mh. Eine Preise... Preise... Preise Majorana. Können wir ein bisschen mehr nehmen. So. Einen Augenblick lasse ich einen Stängel Salbei mit drin, aber den müssen wir dann rausnehmen. Mh. Und das Ganze, wenn du willst, füllen wir mit etwas Sahne auf. Aber ich glaube es kann 9 Sekunden, nicht? Ja. Nee, ist gut. Ich glaube... Warte mal, dann zieh ein bisschen Sahne drunter. Ja. So. Naja, das ist natürlich eine sehr verfeinerte Fertigsuppe und Soße, mein lieber Mann. Pass auf. Jetzt würde ich sagen, koste doch mal, ob wir ein bisschen Gewürz noch reinnehmen. Soll ich es dir auf meinen Teller geben, mein Stückchen? Ja. Bisschen hier, mein Schatz. Jetzt pass auf. Haben wir noch was? Fehlt noch was? Die ist weich, die lieber. Ja, ja, die ist weich. Nichts. Ein Hauch Salz. Ein, also dann nicht Salz, ich würde sagen, wir wollen den... Oder so irgendwas... Aber wirklich nur ein Hauch. Aber nur ein Hauch. Okay. Dann kann es runter vom Feuer. Ja. 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 Ein bisschen Würzsalz. Oder wie das heißt? Richtig. Glutamat. Sehr gut. Einmal noch durch. Ja. Und gleich... Mh. 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 Lass ich den Stängel Salbei noch eine Sekunde mit durchziehen. Dann schmeiß ich den raus. Mh. Darf ich mir hier ein bisschen... Du musst dir ein bisschen von dem Reis reinnehmen. Ohne Reis kein Preis, das kennst du ja. Ohne Reis kein Preis. Heute sind wir wirklich aber die Blödelmeister. Ja. Achso. Das habe ich jetzt runter. Oh, ist das schön. Das gefällt mir selber. Oh, da ist die Wespe. Vorsicht! Den kannst du rüberschicken als Ospe. Hör auf. Hör wirklich auf. Du kriegst die rote Karte. Du musst aber dein eigenes jetzt auch probieren. Tut mir leid. Du musst natürlich... Weißt du, kochen ist etwas Schönes, wenn man auch albert. Ja. Du kannst nicht... Also... Es gab ja glaube ich keinen... Hier. Hier, mein Herr. Danke. Ich muss nur noch schnell einen zur Brust nehmen. Danke schön. So. Jetzt wollen wir sehen. Geflügelleber. Pugel-Leber. 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 Allerfölz. Allerfölz. Mh. Sehr schön. Sehr schön. Mh. Hoje. Biv biases. Pugel-Leber. Hazuli muss ich nur noch einiger? Das Hier ist dein Wacker.